Wir haben einen neuen Gast bei dem Medien-Tagen-Moment nicht mehr unserem Livestream. Vielleicht geht der auch gerne spazieren. Wir werden ihn vielleicht fragen, er muss auf jeden Fall ganz kurz drei Schritte zu uns her spazieren. Schön, dass du da bist, Theo. Hey, Servus, ich bin Sebi, hi. Hi, Ella, hi. Wir haben hier ein Mikrofon für dich. Oh, das ist sehr gut. Sehr gut. Hattest du damit gerechnet, mit deinem Mikrofon? Ja. Du hattest drauf gehofft. Immer ganz praktisch. Fantastisch. Du bist YouTuber. Ich bin YouTuber. Und du bist heute bei den Medien-Tagen bei welchem Panel? Oder was interessiert dich vor allem? Wofür bist du da? Also selber war ich bei einem Panel für die Schattenseiten von Social Media. Ist auch sehr wichtig, mal aufzuklären da, weil das wird auch ganz gerne mal vergessen. Gerade in der Influencer ist manchmal alles sehr schön und immer so glossy und alles ist toll dargestellt. Aber natürlich gibt es auch Sachen, die nicht so schön sind, wie vielleicht Kommentare nicht so nett sind oder andere Dinge, wo man aufpassen muss. Und habe mich sehr gefreut, darüber mal so ein bisschen zu berichten und ein bisschen aufzuklären. Und hoffentlich konnten auch die Besucher was mitnehmen. Magst du uns da auch ein bisschen was sagen? Weil gerade so Hate-Kommentare oder sowas muss ja fast eigentlich jeder YouTuber in oder auch Influencer in ertragen. Der eine mehr, der andere weniger. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel Glück gehabt da. Also ich bin nicht so groß, dass ich da total in eine Zielgruppe geraten bin, würde irgendwie Lust haben, mir das Leben schwer zu machen oder so. Aber klar, auch hier und da liest man mal irgendwas. Das meiste kann man wegwinken. Wenn es persönlich wird, dann kann es mal schon mal wehtun. Aber ich glaube, am Ende ist es ja wie bei allen Berufen. Man hat zum Beispiel, wenn du jetzt Verkäufer bist, du hast 200 gute Kunden, alles total toll und da ist einer, der dich nervt. Und an denen erinnert man sich dann eher als an die Guten letztendlich. Und das ist halt manchmal ein bisschen schade, dass man sich von einer kleinen Minderheit so einen Tag versauen lassen kann manchmal. Ist ja auch ein journalistisches Thema, Social Media Management, was vor allem die Kommentare angeht. Dass man halt auf Kommentare antwortet, mit den NutzerInnen interagiert, mit den Leuten, die dein Zeug anschauen. Und dass man vielleicht auch Kommentare löscht, die unangebracht sind. Wie gehst du denn damit um auf deinen Kanälen? Kümmerst du dich da drum selber? Und wie ist deine Verfahrensweise? Löscht du oder wie antwortest du? Mach das alles selber, ja. Klar, man kann Moderatoren einstellen, das ist auch eine gute Idee. Aber ich selber habe das Gefühl, ich kriege das schon auf so einen Griff. Und hier unterlösche ich auch was, wenn ich der Meinung bin, das ist einfach was Vulgäres zum Beispiel. Aber gar nicht mir zuliebe, sondern eher, dass wenn meine Zuschauer runterscrollen, halt nicht so Sachen lesen müssen, die wirklich unangebracht sind und so. Wenn man irgendwie Kritik ist, dann lasse ich sie gerne stehen. Auch wenn ich der Meinung bin, so finde ich gerechtfertigt. Aber kann man stehen lassen, ist kein Problem. Aber Kritik äußern ist ja schon wichtig. Und genau, das ist ungefähr meine Vorgehensweise. Und das macht man so ein bisschen nach Bauchgefühl. Also vielleicht habe ich auch mal was weggelöscht, wo ich der Meinung bin. Ach, hätte ich auch stehen lassen können. Und vielleicht hat man auch mal was stehen gelassen, was eigentlich hätte weggelöscht werden sollen. Man kann ja auch verbergen inzwischen. Ich glaube, dann ist der Kommentar nicht weg. Ja, man kann Zuschauer ausblenden. Bei Instagram zum Beispiel. Und bei Twitch ist dann Zuschauer ausblenden. Ja, genau, dass der Nutzer weiterhin kommentieren kann, aber gar nicht feststellt, dass sein Kommentar gar nicht auftaucht. Eigentlich ein bisschen gemein irgendwo. Aber an sich, ja, das ist halt eine Feature. Aber wenn er das Video über seinen Kanal anschaut, dann sieht er seinen Kommentar. Dann sieht er seinen Kommentar. Und wenn über einen anderen Account drin ist, dann ist der weg. Das hat der Trick, dass er manche zwei Accounts haben, um nachzugucken. Bin ich bei dir hier? Ja, natürlich. Weil wenn Hate versprühen, dann auch richtig. Dann einfach einen anderen Account abchecken. Ja, aber das ist ja ganz schnell natürlich. Also wer blockiert, heißt immer, ist nicht kritikfähig natürlich. Und das kann natürlich stimmen, aber muss halt natürlich auch nicht. Also manchmal ist es ja auch vollkommen okay. Man hat ja das Hausrecht bei sich. Und wenn man nicht will, dass ein Nutzer da ist, weil er miese Laune verbreitet, dann hat man auch das Recht, diesen zu blockieren. Vor allem, man schmeißt ja auch Leute aus seinem Haus raus, wenn sie die Ecke pissen. Wenn jemand zu mir frech ist, würde ich auch sagen, raus. Logisch, klar. Ja. Fantastisch, wir wollen mit dir ein Spiel spielen. Ui. Für dich als YouTuber haben wir gehofft, dass du die Expertise da mitbringst. Wir spielen Hot oder Flop. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Wir schauen zusammen YouTube-Videos an. YouTube, okay, das kann ich. Es ist YouTube, oder? Okay. Weil es ist gerade hochkern zu sehen, aber es ist YouTube. Und wir wollen raten, wie oft dieses Video angeschaut wurde. Also ungefähr, okay. Ich würde schon sagen, dass wir konkrete Tipps abgeben. Mhm. Und dann schauen wir halt, wer von uns drei am nächsten dran ist. Ja. Okay. Okay. Also was passiert da? Ich schätze mal ein Fail vielleicht. Kann sein, ja. Da ist irgendwas aufgeholt. Ist das ein Festival? Hat der die Rockansende ein Festival? Das sieht eher wie so ein Sport, irgendwas, so ein Parcours oder so aus, oder? Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, weil die haben auch so Fitnessklamotten an. Also für mich sieht es nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie ein Aufbau von einem Festival und zwei Leute machen halt aus Spaßklettern rum, sondern wollten die da. Nee, eher so wie Ninja Warrior oder sowas. Was meinst du? Was mir halt auffällt ist, es dauert sehr sehr lange, bis etwas passiert. Und ich glaube die Nutzer, gerade bei Shorts oder so, swipen schnell weiter. Also eventuell… Okay. Also es scheint… Es wird ja ein Short sein, ne? Weil es hier hochkant. Mhm. Alles… Alles normale Videos. Okay. Warum es da hochkant? Das ist einfach vom Video hochkant. Okay. Also kein Short. Und das Bild ist jetzt falsch rum. Ich habe auch das Gefühl, es passiert nichts mehr. Also wenn die Person jetzt nicht hinfällt… Wow! Aber die ist ja nicht mehr hingefallen, oder? Die hat es ja geschafft. Er hat einfach nur einen tollen High Five gegeben. Oh, aber das ist ja langweilig. Nee, ich glaube nicht, dass das so viele Klicks kriegt, oder? Ich bin auch skeptisch, ob das… Weil am Ende manchmal ist der Algorithmus auch sehr, sehr spannend und verteilt mal irgendetwas. Man weiß nicht warum. Aber in dem Fall… Boah, es ist nicht viel passiert und es dauert auch sehr lange, bis überhaupt irgendwas passiert. Ja, ne? Also ich könnte mir vorstellen… Ich sage 500. Mhm. Ich glaube auch, vielleicht ist da so ein spaßiges Thumbnail drin. Autoaktivitäten… Ich gehe auf… Ich gehe auf so… Nein, ich sage, es ist eine Nullnummer. Ich sage, es sind so 45. Ach, schade. So klein. Ich wollte auch gerade richtig schlecht sagen. Kannst du auch. Ich komme ein bisschen mutig und sage einfach mal 1.000. Okay, krass. Aber das ist eigentlich schon… Ich glaube ja nicht. Ich glaube eher auch, dass… Ah, Fragezeichen. Drei. Drei. Das war schon… Das war kein gutes… Manchmal ist es ein Scheiß-Video einfach ein Scheiß-Video. Kann man schon so sagen, oder? Hast du da wahrscheinlich bei deinen Videos, wenn du die so durchguckst, dann auch, oder? Wenn du deinen Content zusammensuchst? Ich glaube, gerade wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, dann gibt es immer Videos, wo man sagt so, oh Gott, oh Gott. So, nee, nicht von dir. Also wenn du YouTube-Videos dann anguckst, über die du dann kommentierst. Also ich komme… Also ich habe meine Lieblings-Youtuber, die schaue ich so und da kommentiere ich mal was, aber… Also solche Videos entdecke ich eher selten. Was davon würde es passieren, wenn du jetzt dieses Video hochlädst, genauso wie es ist, und machst so ein geiles Thumbnail, abhängen am Klettergerüst. Ja, ich würde es… Es wird schon besser… Also mehr als drei Aufrufe bestimmt, aber vermutlich wird es auch nicht so gut performen und der Rhythmus würde es sehr schnell raussetzen. Der Algorithmus würde checken, dass die Leute das nicht angucken. Ja, die brechen zu früh ab und dann würde er sagen, okay, das scheint kein gutes Video zu sein und er hätte recht. Ohne das Video jetzt so zu haten. Abhängen am Klettergerüst? Ich finde das hatevoll. Okay. Aber hey, AE Moskowicz, mach weiter so. Ja. Oder mach anders weiter. Ist auch okay. Oh. Süß. Das ist ein viraler Hit. Das ist ein viraler Hit. Hunde funktionieren sowieso schon. Deine Windows-Sound, das ist alles… Ich will nochmal gucken. Ja, der abgestürzte Sound, hab ich gefühlt, der ist auch schon so ein Pattern. Jetzt hat die Frage, wie viral ist das Ganze jetzt? Ja. Das ist total… also hundertprozentig ist das ein virales Video. Das ist ein… ein Hot. Ich bin mal mutig und sag… 1,5 Millionen. Anna, was sagst du? Dann bin ich bei 564.000. Sag 7 Millionen. Wow. Noch mutiger. Es sind… Wuss. Wuss. Quatsch. Okay. Lionel Messi hat sich so viel Mühe gegeben. Da müssen wir dafür sorgen, dass es weiter gespreadet wird. Das Video wurde 100% gerippt. Das gibt es hundertprozentig irgendwo auf Instagram oder schon irgendwo anders nachts. Ganz viele Aufrufe. Stimmt, das ist ein Hund. Das muss viral gehen. Ich finde Lionel Messi hätte mehr verdient gehabt. Gehen wir weiter. Hui. Oh Gott. Kein Ton. Anscheinend. Boah, das ist dramatisch. Das ist kack. Krass. Warte, aber ist der angestoßen am Ende? Aber ist das ein Spielzeug? Das ist ein Spielzeugauto, ne? Ja. Aber es ist nur, indem er so driftet, oder? Ist aber auch zusammengeschritten, ne? Ah. Meinst du? Ja, das braucht safe. Hundert Versuche wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Tausend. Ja, aber erstmal, der kommt nicht so schnell rum. Was hat er eigentlich da hingelegt? Das ist das für ein Pin? Irgend so ein Metallstückchen? Was ist das? Aber er hat das abge… Oh, ich hab's jetzt erst gecheckt auch. Ich hab's jetzt erst gecheckt. Was kein gutes Zeichen ist, wenn man länger braucht es… Stimmt, auch wieder. Aber naja, dann schauen wir vielleicht nochmal mit an. Das kann jetzt… Langsam glaube ich alles. Das ist so cool. Aber warum kein Ton? Doch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich guck auch immer so Videos, wie sie dann irgendwie aus, keine Ahnung, gefühlt fünf Kilometer Entfernung irgendwo bellen, Bierpong-Bechereien… Ja, genau. Oder, was weiß ich, letztes Mal… Was war das? Ich glaub, Briefumschlag in den Briefkasten im Vorbeilaufen. Sowas auch. Ich find das super. Also sowas würde ich mir schon angucken. Tandiertesten Postboten Deutschlands. Es muss ja mal ein Video kommen, was wie reingegangen ist. Ja, oder… Oder nur Flops rausgesucht. Ich weiß nicht, das war die Redaktion. Ich würde auf die… Nein, ich glaub das ist halt so ein solides Video. Ich glaub das sind halt so 100.000. Sag 40.000. Ja, ich würd so irgendwie bei 45 sein. Oder sagen wir 50 dann bis zum minimalen Abstand. Uh. Ja, krass. Aber da waren wir ja alle relativ gut nah dran so. Also nicht so weit weg wie sonst. Fast. Davor waren wir ja keine Ahnung… 18 Millionen ist schon crazy. Supercar Blondie hat aber auch 16 Millionen Abonnenten. 16 Millionen Abonnenten. Oh. Supercar. Aber Supercar, das heißt ja dann weiterhin so Car-Content, oder? Das ist so ein Nischen-Youtuber, der nur sowas macht, mit ganz viel Spielzeugautos und ja, das kann sein. 16 Millionen, aber dann… Weiß nicht, ob er noch eine Nische… Ja, aber es gibt diese Nischen, die halt total viral sind, die kennt man nur nicht. Aber eigentlich sind die… Ja, das ist halt eine innerliche Nische. Ja, genau so. Das ist eine riesen Gruppe. Oh, Mandarinen lieb ich ja. Oh. Cool. ASMR, so ein Video, oder? Das ist ein ASMR-Video. Das erste ASMR-Video, das mich abholt. Geil. Oh, das ist der Katzenpot. Allein wegen dieser Katze ist es halt schon wieder… Das ist ja übelgeil. Eine Katze, die kocht mit Mandarinen, das ist mein Traumhaus. Was? Was macht sie jetzt ein drumrum? Süß! Das ist ein Tolles Video. Ach ne, das ist nur ein Kragen, oder ist das ein Lätzchen, was sie da umhat? Weiß ich gar nicht. Sieht so süß aus. Ey, komm. Du willst es nochmal schauen? Das muss doch viral gehen. Also erst mal wegen der Mandarinen, schon mal fantastisch. Die Tonqual, die ganzen Schnitte und die Katze halt einfach. Das ist richtig toll. Das fasziniert mich. Schade, dass die Mandarinen aber so geschält haben. Ich liebe das, die Mandarinen hier so an einem Stück zu schälen, als es in diesem Teil ist. Was für Sprache ist das? Eventuell ist das ja sogar… Aber da war gerade Englisch, so ein Untertitel. Bei der Untertitel ist so ein Schriftzeichen, die ich kinesisch lösen würde. Wahrscheinlich. Okay. Tolles Video. Fun hier. Ich glaube, das ist nochmal richtig krass jetzt. Ich glaube, da gehen wir auf die 50 Millionen. Jetzt wieder so 1.000 Aufrufe. Bitte nicht. Allein wegen dem Video. Wann will es ihm gönnen? Ich sage 10 Millionen. Ich bleibe trotzdem noch bei den noch nicht Millionen. Ich gehe so auf 460.000. Okay. Okay, rein da. 50, 10 und 460.000. Also Millionen haben wir. Jetzt so eine Milliarde. Oh! 220 Millionen. Ja, ich habe gewonnen. The Cooking Cat to Share. Homemade rare substance. Das ist wirklich der Kanal einfach. Oh, wie cool. Die Katze mit dem Lätzchen. Das ist einfach so der Ding. Voll cool. Ich würde es abonnieren. Die reichste Katze der Welt. Ja. Oh, Musik. Toll. Mitschnitt von einem Twitch-Livestream. Und zum selber lernen, oder? Oh. Lernt er Klavier? Oder? Nee, also der Zuschauer oder die Zuschauerin kann es lernen. Weil wenn die Tasten so farbig sind, dann kannst du es ja an deiner eigenen Klaviatur auch machen. Ich glaube, dass er gerade Klavier lernt und dabei streamt. Ach so, oder so. Das sieht nicht so aus, als würde es beherrschen. Doch, doch. Ich glaube, dass er lernt. Ach, er schaut gerade noch zu, oder? Ja, ja. Ah, okay. Jetzt… Nein, nein, er schaut nicht zu. Er spielt selber. Glaube ich. Ach so. Was hat er gesagt? Welcher Song es ist? Das ist halt die Frage, wenn er jetzt ein sehr, sehr großer Twitch-Streamer ist, dann lässt das wohlbestand, kann es trotzdem sehr viele Aufrufe haben. Ja, und der Chat, das ist ja auch ein Hinweis, ne, wie viele Leute schreiben da. Da schreiben ja vier, fünf Leute pro Sekunde. Das ist schon sehr recht aktiv, der ganze Chat hier. Das heißt, wir sind ja schon mal bei einer Menge Twitch-Zuschauern. Mhm. So, keine Ahnung, so 5.000. Also Twitch-Highlights können teils auch gut funktionieren. Aber trotzdem, es kann nicht zu krass sein. Obwohl, es ist englisch. Also ich glaube, der YouTube-Re-Upload, das ist halt nicht so geil. Ich glaube, wenn du live dabei bist und die machen alle hier, schreiben hier, oh neuer Ludwig von Beethoven ist halt funny. Aber ich glaube, dass das Video, das du dir wirklich dann gibst, wenn du das nicht mit anderen Leuten anschaust, das mir selber zu geben, wie er jetzt diese Tonfolge lernt, weiß ich nicht. Ich bin bei 200 Zuschauern. Ich bin bei 80.000. Ich glaube auch, dass das mehr sind. Also, wir sind ja jetzt gerade bei YouTube-Klicks, ne? Ja. Okay, da gehe ich noch mal niedriger schon. Ich glaube, das ist halt ein solides, so von einem guten YouTuber, so ein mittelgutes Video. Vielleicht war es auch ein Mitschnitt, ne? Das kann auch sein. Aber ich gehe mal auf die 4.000. Jawoll! Ja! Krass! Aber wie ist sich das immer verteilt? Ja, unfassbar. Ja, also mein Hund, das tut mir immer noch weh. Vom Hund war ich wirklich verwirrt. Ich glaube, das ist Fake News, das stimmt nicht. Es gibt irgendeinen viralen Hit, das war nur ein Re-Upload. Weil es muss viral gehen, sowas. Aber er hat auch generell eine Menge Abonnenten. Ja, dass er bekannt ist und so. Aber er ist, glaube ich, ein funny Typ. Also das Profil wird sich fantastisch aus. Das war's. Ja, Mensch. Hat diese Person was Witziges an oder läuft sie einfach wirklich nur über die Straße? Nee, ich glaube nicht. Das sieht so ein bisschen wie Captain Jack Sparrow aus, oder? Als würde so irgendwie was... Oder? Aber dann würde man das doch von näher filmen, wahrscheinlich. Hm. Ich erwarte die ganze Zeit, dass da ein Auto jetzt kommt immer. Und bam! Also so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das soll. Aber schnell geschaut, ist auch gut. Schnell weggeklickt. Ja, ich gehe auf wenige natürlich. Ja, aber irgendwie so. Die Leute, unsere Redaktion muss ja auch wenige gefunden haben. Wir sind ja schon mal drei Klicks. Welche Algorithmen wird das durchgeleitet? Ja, wir sind bei 413. Tausend oder nur 413? Nö, 413. 413 Millionen. Minus 413. Ich glaube. Ich glaube, das ist wieder so eine Troll-Einsendung, die plötzlich doch wieder reingegangen ist. Also sage ich einfach mal 100.000. Einfach nur zum Gag. Boah. Einfach nur zum Gag. Vielleicht stimmt's nicht, aber vielleicht werden wir gerade getrollt. Das soll nur so flop-mäßig wirken. Ja, das kann schon sein. Voller Hit plötzlich. Aber dann bin ich so bei 3.000, 3.500. Nein. 1.000. Okay. Aber ich glaube... Warte mal, was habe ich gesagt? 100 bis 1.000. Ah ja, okay. Gut. Ein Tanzvideo. Okay. Es wird getanzt. Das sieht sehr gut aus. Mhm. Mir stört es ein bisschen, dass die Person links nicht auch aufgerissene Jeans hat. Stimmt. Das killt voll den Look hier. Ja, das stimmt. Sonst wären sie halt super synchron. Schönes Haus. Schöne Wohnung. Ja, würde ich auch entziehen. Aber so Dance, das funktioniert in der Regel immer ziemlich gut eigentlich. Ja, eigentlich schon. War das nicht eigentlich TikTok so früher? Ja, total. Es ging es nur darum ursprünglich. Also, dass da beim 100% Zielgruppe, die da hängen bleibt und das gerne schaut. Schon ein paar Mio. Binge sponscht. Und zum Nachtanzen auch. Und dadurch, also wenn du es lernst, musst du es ja auch immer wieder öfters anschauen. Dadurch steckt ja auch wieder die Klickzahl. Wurde, wir sind ja nicht auf YouTube, das ist ein Short. Das wurde ja vermutlich re-uploadet und ursprünglich war es mal auf TikTok vielleicht. Ah ja. Vielleicht hat es dann da, die Shorts nicht so gut funktioniert. Ich gehe auf 647 Aufrufe. Ich sage, das waren ganz wenige einfach. Ich... Das so wenig glaube ich nicht. Nee. Ich bin da auch bei wirklich Millionen. Ich würde sagen so um die 43 Millionen. Dann gehe ich mal bei 40.000 rein. Ist klar. Was habe ich mit 40.000 heute eigentlich? 10 Millionen. Ah, 10 Millionen. Ja, ihr habt recht. Triple Charm. Starker Kanal. Acht Millionen Abonnenten. Und auch cool, weil die sind immer zu dritt. Sind die Drillingen? Nein. Sehen sich nicht bis hinten. Naja, ne. Dann müsste man die ja eigentlich kennen, aber... Tu ich nicht. Blöd. Sorry. Sorry. Klassenfahrt. Wow. 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 Aber man versteht die ja nicht so gut. Aber das ist auf einer Klassenfahrt entstanden. Aber es ist ein uraltes Video. Sie haben so den verwirrten Samuel mit dabei auf Klassenfahrt. Es geht nach Berlin. Und er hat irgendwas Lustiges gesagt auf der Fahrt in Stunde vier. Man hat halt noch mit seinem Nokia gefilmt. Das ist ein Insider. Ja, das ist ein Insider. In der Bahnfahrt fahren mehrere Klassen. Da fahren dann schon 50 Leute mit. Dann 53. 53. 53. Drei Samuel ist die Klasse. Okay, dann... Na komm, ich bin ein bisschen mutig und sag mal 12.000. Dann würde ich so bei... 277. Jetzt 5 Millionen. Ja, wahrscheinlich. 16. Hast du vorher gesagt, dass du... Ich hatte 16 erst. Das wäre ein direkter Treffer gewesen. Wärst du mal dabei geblieben? Ja, es sind doch weniger Leute mitgefahren nach Berlin. Doch, nur die Klasse. Ich würde gerne wissen, 2009 hochgeladen ist ein uraltes Video. Hat wohl keiner gefunden in der Zeit. Aber wie traurig eigentlich. Ja, aber das spricht ja auch für die Videoqualität. Also 2009 macht das schon viel mehr Sinn. In 14 Jahren 16 Aufrufe. Das ist natürlich... Aber wir waren dabei. Wir haben es gesehen. Jedes Jahr hat einer reingeschaut. Jedes Jahr hat ein Klassenkamerad sich erinnert an die Berlinfahrt. Wisst ihr noch, Samuel? Ah, das ist eine gute Qualität. Sind das Zwiebeln? Nee. Die Lache finde ich schon wieder super. Ich war jetzt kurz raus tatsächlich. Ich habe die Story nicht ganz mitverfolgt. Ach so, ah, ich glaube man muss den Songtext verstehen, oder? Ein bisschen Lippensynchron ist es. Also sie streiten sich um das Essen. Die wollen beide was vom Mais haben. Klassische Ehesituation. Man muss die Sprache halt können. Die sind gerade jung verheiratet. So, die sind ein Jahr gerade verheiratet. Und man hat als Paar ja auch nicht so viele Hobbys. Dann ist das Hobby halt Social Media geworden. Und dann haben die diesen Song da entdeckt und fanden den funny. Aber das ist so ein typisches Video, wo ich mir denke, wer guckt das? Und dann sehe ich die Aufrufe und bin so, so viele gucken das. Aber was ist da in den Schüsseln? Nämlich Eier oder so. Also er will die Zwiebeln und den Reis. Er sagt, der Reis ist doch viel besser. Schatz, kein Problem. Du machst doch Reis. Sie sagt, nein, aber ich habe hier noch Mais gekauft oder so. Und jetzt nimmt er das weg und wird es auch wieder für sich. Er ist richtig gierig. Sie könnten es auch teilen, aber nein. Geht nicht. Jetzt seid ihr schon verheiratet. Ihr teilt schon euer Vermögen. Ihr könnt auch euer Essen teilen. Aber anscheinend muss es sehr witzig sein, weil hinten diese Lache im Hintergrund ist. Sie ecken ja zur Musik letztendlich. Auch schade, dass die Geschichte nicht so richtig weitergeht. Sie streiten. Ich hätte halt irgendwie so einen Versöhnungskurs am Ende gesehen. Irgendwie, dass die Geschichte mal zu Ende erzählt wird. Die zwei sind nur am Streiten. Keine harmonische Ehe. Aber wir streiten uns. Was sind denn ihre Probleme in ihrer Beziehung? Es geht viel um Essen. Ich will den Mais. Ich will den Mais. Es ist wahrscheinlich besser, dass sie Geschwister sind. Ich sage jetzt mal. Oh, das könnte auch sein. Futter-Nein. Ich sage jetzt mal 900.000 Aufrufe. Ich bin ganz mutig. Wie viele hunderttausend? 900.000. 900.000. 900.000. Es ist gut produziert, glaube ich. Es sieht nicht scheiße aus. Es könnte einfach so einen ganz komischen Nerv treffen, was Leute sehr lustig finden. Am Ende ist es sogar viel viraler. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich überschätze es total. Ich sage zwei Millionen, ich glaube auch. Ja? In die selbe Richtung. Mit 4.000 Aufrufe, nix. Doch. Also ich finde immer die, die solche Lachen im Hintergrund haben. Das geht immer. Ja, also da bleibe ich selber immer ein bisschen hängen. Ich bin auch bei einer hohen Zahl. Wahrscheinlich so, ich sag mal drei Millionen. Oh. Warte, was habe ich gesagt? Ich habe zehn oder so. Ich habe auch sowas in die Richtung gesagt, ne? Weiß ich nicht. Ich habe alles vergessen. Ja. Zwei Millionen? Zwei Millionen. Achso. Ja, ich sage natürlich zwei Millionen, 600.000 und 47.000. Dann gehe ich auf fünf, egal, ein bisschen mehr, fünf Millionen. 46 Millionen. Okay. Wahnsinn. Weiter runter. Ich wusste schon irgendwie, es könnte viral gehen. Ja. Aber es ist auch ein großer Kanal wieder, ne? 32 Millionen. Oh, tatsächlich. Dann dafür ist es eigentlich dann auch nicht so viel. Wahnsinn. Mhm. Auch lustig, dass er den Nachnamen klein schreibt. Ähm. Nein. Ich habe mein Mikro weiter. Sorry. Ähm. Ich habe auch nichts Wichtiges gesagt. Ähm. Aber auch kein Kanal mit seiner Frau, Rashi Schwester zusammen. Sondern, also mit seiner Frau oder Schwester. Ähm. Und ähm. Aber seine Frau ist nicht mit auf dem Profilbild. Naja. Oder Schwester, ja. Man weiß es nicht. Also war die zu Gast. Eine andere YouTuberin. Ah, das kann fast. Interviewsituation spannend. Ich glaube, ich kenne das Video. Ein journalistisches Buch. Oh. Hey. Das Video kenne ich sogar schon. Habe ich mal gesehen. Ja. Er macht kalt. Kann es nicht nicht viral sein. Oh nein. Süß. Aber ich finde, er fällt süß. Worum meint ihr ging es in dem Interview? Ist das Straßenumfrage? Ne. Er hat eine Bauchbinde. Aber es war einfach ein Interview oder so. Untergrund. Plötzlich. Hoppala. Vielleicht irgendetwas zum Unwetter oder so. Aber er ist schon ein Arzt. Er hat so einen Kittel. Ach so. Meinst du? Ne. Ich glaube, ich habe das Gefühl, er ist eher ein Expertin im Interview als eine Straßenumfrage war einfach so random. Aber am Wasser? Das ist doch generell… Ja, dann geht es halt gerade um… Er ist Kapitän. Genau. Das stimmt. Ja, das kann sein. Wie läuft die Schifffahrt. Es gibt irgendeine Krise. Zu wenig Wasser da oder so. Ja. Weil er hat ja auch hier eine Bauchbinde oder ist das so ein Newsbalken? Ja. Kann auch seine Nachrichten im Bauch laufen. Da wird gerade Nachricht erzählt von einem Ehepaar. Ist davor. Streitet wieder. Er hat eine hohe Stimme. Aber hey, er hält noch seine Hand raus. Schaut mal, er hält sein Handy noch hoch. Siehst du? Er versucht zu retten, damit er noch schnell das Video klicken kann nachher. Ja, also ich finde lustig. Ja. Auf jeden Fall. Viele gibt es. Ich habe auch viel über das Meer gelernt von dem Kapitänen vorne. Und dass man sein Handy trotzdem noch safen muss und es auf jeden Fall raushalten muss. Ja, das ist noch richtig. Aber da hätte ich gesumt. Ja, gehen wir mal schon auf die 3 Millionen. Ich sage 30 Millionen. 30 Millionen? Ja. Ähm, 12 Millionen. Ja. 30, 12, und das habe ich wieder alles vergessen. Was hast du noch? Okay. Hattest du nicht 30? Achso, nur das 30. Drei, glaube ich. Drei, glaube ich. 2,3 Millionen. Wow. Ja, ich habe nichts. Kein Profilbild. Und nur 139 Abonnenten. Das heißt One Hit Wonder. Willkommen auf die Bayern 3 One Hit Wonder CD. Definitiv. Wen haben wir hier? Hi, I'm Hannah Doyleman. Wishing you a Merry Christmas from Image 34 Magazine. Danke, Bro. Voll schön. Das war's. Wir werden ein schönes Weihnachten haben. Hi, I'm Hannah Doyleman. Wishing you a Merry Christmas from Image 34 Magazine. Janett? Kennt ihr sie? Oh, wie ist sie am Schluss sich noch zwingt zu lachen. Aber kennt ihr sie? Nein. Nee, aber von irgendeiner Firma. Hi, I'm Hannah Doyleman. Wishing you a Merry Christmas. Ganz authentisch ist es nicht. Es könnte doch das sein, was man halt so in Amerika sich zuschickt so. Dieser Schmuck. Nee, aber sie sagt am Schluss noch irgendwie von bla bla bla. Von irgendeiner Firma oder so. Dieser Lametta Faden. Ich finde die Dekoration auch super halbherzig. So, das ist ein weißer Vorhang, den du auf deinem Zahnarzt hast. Und da hast du noch an der Seite noch so zwei Lametta Fällen. Zwei so. Nee, das war's keine Lametta. Das ist so ein Quatsch. Ich hab dir voll Mühe gegeben. Ja, also ich weiß nicht. Aber ihre Ohrringe, fantastisch. Die sind super. Die hätte ich auch gerne. Die Haarkette, weiß ich auch. Happy Christmas, Image 34 Magazine. Sie haben keinen Bock zu lächeln? Ja. Jetzt sagt der Producer, der Manager hat reingerufen, lächel doch mal. Ja, bestimmt. Ja. Wie viel hat sie dafür gekriegt? Wie viel Geld? Pro Aufruf ein. Boah. Dollar. Ähm. Boah, wenn sie halt ein Promi wäre, aber für welches Magazine? Kann ja alles sein. Entweder gar kein Aufruf oder Arsch viel. Welches Magazine? Christmas vom Image 34 Magazine. Image 34 Magazine. Kennt ihr das? Nee. Ein Bildermagazin, das ein Video hochlädt. Merry Christmas. Ich finde die Botschaft auch unmotiviert. Ach komm. 1.000 Aufrufe. 1.000 Aufrufe. 1.000 Aufrufe. 1.000 Aufrufe. Ich glaube schon, dass da ein paar Leute dabei waren. 45. Richtig gut von euch. Und ja, Image 34 Magazine, auch kein Erfolg. Kein Erfolg. Kein Erfolg. Schade. Das war nix. Bleibt. Die sollten auch weiterhin nur ein Magazin machen. Weiß ich. Christmas Magic Message for Image für die Formel. Auch ein schlechter Name. Image für die Formel. Aber wie lustig wäre es, wenn es 34 Aufrufe gewesen wären. Ja, ja. Boah. Super nah dran. Ich finde das ist nah genug. Sie haben es gut gemacht. Vielleicht haben die es so benannt, weil sie auch 34 Abonnentinnen haben für ihr Magazin. Unsere 34 Leute kriegen Top-Sachen. Der Rest nicht. Uh. Ultraschall. Das ist cool. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Es klatscht, wirklich. Oh mein Gott. Das ist so süß. Ist sehr witzig. Das musikalischste Baby. Das ist Jacob Collier im Bauch. Hat schon Potenzial für Realität das Video, ne? Same. Es ist super lustig. Und ich liebe das Baby. Babys gehen wie Tiere, finde ich. Nochmal. 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 Your hand. Süß. Oh, Rhythmus. Klatsche. Aber auch wirklich so, dass es passt zum Lied. In den Pausen. Babys reagieren ja auf Musik, ist ja das Klischee. Ja. Also dass die Classics soll man denen ja vorspielen, damit die super intelligent werden und so. Vielleicht ist das so ein Fall. Unser letztes Video jetzt übrigens. Das ist Anfang vom Leben, Ende unseres halbstündigen Slots. Toll. Wirklich. Tolles Baby. Dass es auch so trommeln kann. Meine Mutter sagt auch mal, ich habe mitgetrommelt, wenn sie Musik gemacht hat. Echt jetzt? Ja, genau. Und du singst jetzt im Chor, guck. Vielleicht doch was. Ja, spannend. Das hat sehr viele Aufrufe. Also ja, es ist ein fantastisches Video. Ich wünsche ihm alle Aufrufe der Welt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so viele sind. Sag es mal, 40.000. Dann bin ich bei 18.000. Ein bisschen weniger. Ich glaube 2.000, weil die Eltern haben einfach nur... Noch weniger. Ich glaube, die Eltern haben so ein bisschen in die Gruppe geschickt von so Freundinnen. Aber die haben da nicht so Marketing gemacht. Kannst du sagen, wir sind wirklich ganz wenig. Ja, auch gut möglich. Ich glaube, es ist so 846. Aber ich werde dafür sorgen, dass diese Zahl rasant ansteigt in den nächsten Tagen. Und die Antwort laut. Uuuuh. Uuuuh. Übel wie reiht. Ne, schlecht. Aber 12 Millionen hätte ich nicht gedacht. Das ist schon sehr viel. Mhm. 2015 hochgeladen. Da schau her. Wie schlecht. Geil aber. Richtig, richtig gutes Video. 14 Wochen ist es auch erstes Baby. Und auch noch besseres Baby. Wirklich. Ich bin ganz großer Fan. Ich möchte es adoptieren. Fantastisch. Wie geht es für dich weiter jetzt auf der Messe? Was schaust du dir als nächstes an? Ich muss sagen, ich habe noch ein paar Kollegen, mit denen ich quatschen möchte definitiv noch. Und sonst einfach mal wirklich frei rumrennen. Erst mal angucken, was es gibt. Du warst gestern noch nicht da. Ich war gestern schon da. Aber da war ich eben auf meinem Panel und generell sehr eingespannt. Und jetzt bin ich heute mal so ein bisschen... Gute Videos anschauen. Aber jetzt bin ich ein bisschen freier rum bewegen auf der Messe. Dann bin ich mal gespannt, was man hier noch... Frei bewegen. Kugelschreiber klauen. Ja, endlich. Da freue ich mich schon drauf, mal alles zu sehen. Weil ja, noch kenne ich nur die Ecke hier, habe ich gefühlt. Hast du für deine eigene Arbeit was mitgenommen aus den Videos, die wir angeschaut haben? Gibt es irgendwas, was du sagst, was dich inspirieren lassen? Ich habe gelernt, Hunde geht nicht, aber Katzen ja. Aber nur, wenn sie kochen. Also kaufe ich für eine Katze, die kochen kann. Wo findet man nicht? Willkommen nicht abonnieren auf allen Plattformen? Auf YouTube. Einfach nach CO suchen, ZTO, drei Buchstaben. Sonst halt eben Instagram, Twitter, TikTok überall. Aber vor allem YouTube empfehle ich, weil das ist so mein Baby. Da mache ich am meisten einfach damit. Fantastisch. Wir freuen uns, dass du da warst bei uns. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wir gehen...